Uns bleibt nicht viel Zeit. Hier ist der Plan. Nachdem wir es sauber gemacht haben, stellen wir es zurück und machen uns an die Arbeit. Niki hat sich bereits ein paar Gedanken gemacht und Theresa wird ihr assistieren. Dann mal los, Niki! Okay, also ich hätte da ein paar Ideen. Ein Piratenschiff? Oh! Eine Eisenbahnstation? Ich liebe es! Oder, da wir ja alle wissen, wie sehr Chelsea Muffins mag, Niemals! Muffins sind raus! Ja, sowas von. Ups, tja, sorry. Das sind großartige Ideen, Niki, ganz im Ernst, aber wir brauchen etwas anderes. Irgendwas, das wirklich typisch Chelsea ist. Also ich hätte da eine Idee. Cool, dann spuck's mal aus. Okay, also wenn wir das hier da rüberschieben und wir das da hinschieben. Siehst du, was ich meine? Oh, ja. Ah, und vielleicht schieben wir das hier da rüber. Ja, das ist es! Du kannst Gedanken lesen. Ich liebe es. Es ist perfekt. So schön. Super, also Niki, Theresa und ich machen dann mal das Spielhaus sauber. Stacy und Skipper, ihr müsst für uns Wache stehen für den Fall, dass Chelsea auftaucht. Könntet ihr vielleicht ein paar Sachen aufstellen, um sie abzulenken? Ei, ei! Operation Überraschung für Chelsea startet jetzt! Ähm, warum musst du es mir auf dem Trampolin sagen? Weil diese Show noch besser zu dir passt. Du hast Mega-Fähigkeiten. Sie heißt Backen bis zum Umfallen. Backen unter Extrembedingungen. Was? Du machst Witze, oder? Nein, die läuft im Internet. Das ist so eine Show, wo man aus einer Kanone geschossen wird. In der Luft ein schleimiges Seil greifen und sich über einen Graben mit Alligatoren schwingen muss, um die Glocke zu schlagen. Nur mit Backen. Und ohne Alligatoren. Möglicherweise. Stacy, das ist total verrückt. Du weißt schon, dass diese Shows für Leute gemacht sind, die eine übertrieben gute Koordination haben. Sonnengrämer-Tacke! Wow! Sag die, die 17 Sachen auf einmal machen kann, ohne einen Fehler zu machen. Also gut, warum nicht? Aua! Au! Ich wollte ja eigentlich selber bei der Show mitmachen. Aber wem mache ich da was vor? Du bist die Essenskünstlerin in der Familie. Du bist wieder für geschaffen, Barbie. Hey, wo sie recht hat, hat sie recht. Und da du die Herausforderin bist, brauchst du einen Trainer am Seitenrand. Und da komme ich ins Spiel. Stacy, dafür bist du einfach geboren. Wir können gewinnen! Wie? Oh! 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 Ohne Elektrogeräte. Hey Leute. Hey. Hallo. Ich kann echt nicht glauben, dass wir uns draußen einen Film ansehen, während wir im Camper sind. Oder? Ich bin schon so aufgeregt. Es gibt nichts, was ich lieber machen würde. Sag mal, was sollte die Nachricht mit den 18 Millionen Ausrufezeichen, in der steht, dass Skipper babysittet? Hi Leute. Von was für einer Nachricht sprecht ihr? Naja, ich hatte so ein dringendes Mitteilungsbedürfnis. Daher die Ausrufezeichen, die aber eher 5 waren, weil du zum allerersten Mal als Babysitter arbeitest. Was? Skipper? Als Babysitter? Ja, ist das nicht unglaublich? Das ist aber wirklich unglaublich. Cool. Danke. Ich bin bereit dafür. Ja, das ist halt meine Schwester. Total cool und hat alles unter Kontrolle. Sollen wir los? Ich hab uns den besten Parkplatz überhaupt reserviert. Lassen wir's krachen. Alles klar. Hey Skipper. Hi Barbie. Das hier ist die kleine Bonnie. Oh, dieses kleine Mäuschen ist ja sowas von süß. Danke. Ihr werdet eine Menge Spaß mit ihr haben. Und mit ihm erst. Dem kleinen Rabauken. Ah, sieh sich das einer an. Im Doppelpack. Ich hab eurer Mom doch geschrieben, dass Johnny mitkommt. Oder hab ich das vergessen? Wie auch immer. Ich schick euch Fotos vom Konzert. Hab einen schönen Abend. Eigentlich wollte ich nicht gehen, aber Skipper wollte auch nicht, dass ich bleibe. Was sollte ich also tun? Ich wollte auf keinen Fall ihr Selbstbewusstsein schwächen, aber... Sagen wir einfach, dass ich kein gutes Gefühl bei der Sache hatte. Es war mal wieder so ein Morgen in Malibu, der einfach nicht zu toppen ist. Ups. Entschuldige. Doch es wurde wirklich noch besser. Das ist doch nicht zu fassen. So schlimm ist es nicht. Hat dir doch keiner zugehört. Nein, darum geht es nicht. DJ Cheapshot hat sich die Hand verstaucht, als er übertrieben krasse Beats gescratcht hat. Ihr wisst, der DJ, für den ich die Shows eröffne. Ich soll für ihn einspringen, auf dem Funfling. Wow. Funfling? Dieses coole Musikfestival in der Wüste? Das mit tausenden und tausenden und tausenden von Menschen? Daisy, das bedeutet, du wirst vor mehr Menschen auftreten, als es Einwohner hier in Malibu gibt. Okay. Ist klar. Eine Menge Leute. Ja. Der Hammer. Könnt ihr so pfeifen wie diese Sportfans? Ich würde so gern pfeifen können. Daisy, das ist hammermäßig, oder? Davon hast du immer geträumt. Und ich kann überall erzählen, dass ich dich schon kannte, als du noch unbekannt warst. Ich designe dein eigenes Bühnenkostüm. Es muss funkeln, aber darf nicht blenden. Okay, blenden muss sein. Ich bin dein persönlicher Stage-Diver. Achtung, Publikum! Ihr wisst, was das bedeutet? Ausflug! Ausflug! Juhu! Mit Barbies Camper! Ja, mit deinem Camper reist es sich am besten. Juhu! Ja! Ja! Wir hängen mal wieder zusammen ab als... Hm. Post es da! Oh, ja! Oh, ja! Oh, Chelsea! Ist meine supercoole Disco-Kugel angekommen? Nein, aber wenn du etwas Verrücktes sehen möchtest... Das ist ein ziemlich cooler Roboter-Umschlag. Roboter-Umschlag? Was für ein Roboter-Umschlag? Äh, so ein robotermäßiger? Mit einem Roboter-Bild drauf. Nie im Leben! In dem Umschlag ist ein echter Roboter? Nicht doch. Mein Entwurf wurde ausgewählt für das Finale bei der Roboter-Messe. Hört euch das an! Wir möchten Sie herzlich einladen, um gemeinsam mit anderen Teilnehmern Ihre Roboter-Täume wahrwerden zu lassen. Auf unserer RobotCon! Oh, Schatz! Das ist ja fantastisch! Was heißt das jetzt genau? Es bedeutet, ich kann aus meiner Wissenschaftshausaufgabe tatsächlich einen echten Roboter machen auf der allerwichtigsten Roboter-Messe des Landes an diesem Wochenende! Dieses Wochenende! Ähm, wisst ihr was? Ich mag gar keine merkwürdigen Roboter! Du bist gerade eben noch ausgeflippt, als du den Brief geöffnet hast. Es ist ja nicht so, dass Roboter die Welt retten würden. Ich meine, ihr wisst schon. Außer man will fremde Planeten entdecken, oder? Oder mit ihnen lebensrettende Operationen durchführen. Ich verpasse bestimmt nicht euren 20. Hochzeitstag. Wer kümmert sich um alles und besorgt die Dekoration und... Ähm, hallo? Ich krieg das schon hin. Wie kompliziert können all die Partys, die du immer schmeißt, schon sein? Wir müssen aus dem Besuch der Dachfee ein magisches Erlebnis machen, das Chelsea nie vergessen wird. Siehst du diesen Blick in Ihren Augen? Widerstand ist zwecklos. Wir sind am Start! Super, okay. Wo kriegen wir einen kleinen Pinguin her? Niemand, den wir kennen, hat einen Pinguin. Kein Problem. Wir lassen es einfach nur so aussehen, als wenn Dr. Ernesto im Haus wäre. Wie? Ähm, wir könnten vielleicht Felsen-Pinguin-Geräusche machen. Du meinst... Wauu! 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 Ähm, vielleicht nicht ganz so albern. So in die Richtung aber. Okay, kommen wir zu den anderen wichtigen Sachen wie Blütenblätter und Flötenmusik. Oh, ja. Okay, Robots Familienschlachtruf bei drei. Eins, zwei, drei. Wauu! 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 Sieh mal, pinke Blütenblätter. Und unten gibt es noch mehr. Könnten die womöglich von der Dachfee sein? Wow, möglich wär's. Hallo, hola, bonjour und ni hao. Willkommen in unserem neuen Zuhause. Für die, die jetzt erst einschalten, ich bin Barbie Roberts. Und ich bin so dermaßen aufgeregt, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Wie wär's mit mal mit anpacken? Ups, sorry. Na klar doch, Multitasking ist mein Spezialgebiet. Das ist Ken, mein bester Freund und Nachbar, seit ich denken kann. Seit deinem letzten Umzug, oder? Yep, als wir nach Malibu gezogen sind. Und heute, zehn Jahre später, ziehen meine Eltern mit uns endlich in unsere niegelnagelneue Traumvilla. Die sich genau da befindet, wo wir auch schon vorher gewohnt haben. In einer alten, verlassenen Piratenbucht. Stacy. Polternde Piratengeister haben wir hier nicht, aber, ganz interessant, wir haben das Haus mitgestaltet. Mein Zimmer ist das coolste. Jetzt wisst ihr Bescheid. Skippers und Stacys Zimmer ist das coolste. Aber seht euch vorher erstmal in meinem Zimmer um.